Mit diesem Bild verkündete sie die frohe Botschaft. Kylie Jenner ist wieder Mutter geworden. Das Foto postete die 24-Jährige bei Instagram. Als Geburtsdatum gab sie den 2. Februar an. Papa ist der US-Rapper Travis Scott, mit dem der Keep Up With The Kardashians-Star bereits eine Tochter hat. Nicht nur die Fans überhäuften die frischgebackene Zweifachmutter mit Glückwünschen. Auch die Kardashians und weitere Promis gratulierten Kylie Jenner zur Geburt bei Insta. Das blaue Herz, welches die Neumama zum Babyfoto postete, deuten viele US-Promi-Portale wie unter anderem TMZ.com als Hinweis darauf, dass es sich beim Nachwuchs um einen Jungen handelt. Ein Sprecher Jenners bestätigte zudem dem People-Magazin, dass das Paar einen Jungen auf der Welt begrüßt hat, berichtet NTV. 309 Millionen FollowerInnen hat die Unternehmerin bei Instagram. Im September 2021 gab Kylie Jenner ihre Schwangerschaft bekannt und erfreute ihre Insta-Fans seitdem mit Fotos ihrer wachsenden Babykugel.